Wir beginnen uns am Heiligen Namen Gottes und wir sprechen alle Gemeinsam. Im Namen des Vaters, unser Gott, unser Heiliger Geist, Amen. Die Gnade unseres Herres, unser Heiliger Geist, Amen. Die Gnade unseres Herres, unser Heiliger Geist, Amen. Ich freue mich sehr, ganz herzlich, zu dieser Christi Feier, an der ich unseres Füchstungsgesundes hier starten. Liebe Schüße Familie, wir leben in eine Leistungsgesellschaft. Unsere Leistungen werden nach materiellen Werten und Maßnahmen verbessern. Woraus ergibt sich ein leichten Druck, der den Menschen zu schaffen hat. Der ihr kein so Verlust von Menschen über die Türe. Kinder bekommen und leben ab, weil sie nicht leisten und auf die Leistungen anderer angewiesen sind. Die ältere Generationen führen sich die Erkunft, weil sie im zunehmenden Alter Hilfe von anderen brauchen und nicht mehr leisten können. Der Leistungsdruck fügt auch zum Kindermann, zum Vater- und Muttermann, zum Priestermann und zum Arminern Wege. Der Leistungsdruck fügt auch vom Heiliger Geist. Der Leistungsdruck fügt auch zum Einzelnen, zum Vater- und Muttermann, zum Vater- und Muttermann, zum Vater- und Muttermann. Sie werden nicht von sich ausgebrannt, ja sogar Lebensmöglichkeiten. Der Leistungsmöglichkeiten liegt bei der Qualität der Menschen. In einer solchen Lebenssituation ist der Rest des heutigen Evangeliums und Leben eine beste Vorgebotschaft. Sie ist aber auch eine Vorgebotschaft, wie hier in dem Leben wie ein verhebstliches Leben in der Welt ist. In dieser Vorgebotschaft heißt, sei gewiss, dass dein Leben wie ist die Glauben als Arbeit und Leistung. Wisslich ist, dass unser Leben dazu führt, dass unsere Namen im Himmel verzeiht werden. Wir sollten uns leisten, ohne geistige Frucht und geistige Kraft. Wir sollen für das Gottesbein vorbereiten werden, dass uns diese Vorgebotschaft für unsere Zeit aufnehmen und wir werden die versprochene Lebensfreude erfahren. Und bitten wir uns dann erfahren. So befinden wir es, die Herren. Wer zur Wege ist, sollen wir gehen. Herr, erbarme dich uns an. Herr, erbarme dich uns an. Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus, erbarme dich uns an. Jesus, erbarme dich uns an. Du bist der Heilige Kontist. Herr, erbarme dich uns an. Herr, erbarme dich uns an. Amen. Wir waren herzlich mit eurem Grabensbedarf. Erlassen unsere Sünde nachdenken. Für uns zum ewigen Leben. Amen. Gute Gnuss. Gute Gnuss. Gute Gnuss. Gute Gnuss. Gute Gnuss. Gute Gnuss. Amen. 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 Jüdiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und hast deine Gelegenheit in der Hand bekommen. Sie folgt Gütte auf alle, die in Christus glauben und schenken ihnen die Wahrheit, Freiheit und das ewig erheben. Darum bitten wir durch jeden Christus uns an, Herr. Amen. Lesung aus dem Buch der Weisheit Welcher Mensch kann Gottes Plan erkennen oder wer begreift, was der Herr will? Unsicher sind die Überlebungen der Sterblichen und einfältig unsere Gedanken. Denn ein vergänglicher Leib beschwert die Seele. Wir erwarten kaum, was auf der Erde vorliegt und finden nur mit Mühe, was auf der Hand liegt. Wer ergründet, was im Himmel ist, wer hat ihm deine Frage erkannt, wenn du ihm nicht Weisheit gegeben und deinen Heiligen Geist aus der Erde gesandt hast? So wurden die Pfade der Erdengewohner gerade gemacht und die Menschen lernten, was ihr gefällt. Durch die Weisheit wurden sie ermittelt. Gott, bitte sehr. Gott, bitte sehr. Gott. Gute Tage zum Ziel der Beleum, Langheft ihnen wie ein Kreises-Therz. Musik ZEBEN ZEBEN wie alle Machen in der Nacht. Und dort zu Nacht setzt du die Menschen aus, die leibenden, froßenden Draß, am Morgen gründes und früh, am Abend vieles geschnitten und fett. Amen. 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 Ich kann mich mal anschauen, dass es besser ist. So, ich denke, das ist so. Das ist Nummer 3, Apostolische Glaubensbekenntnis. Das tun wir alle gemeinsam, Apostolische Glaubensbekenntnis. Nummer 3, Apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass ich den Vater, den ich in der Geschichte bin, und den Schörer, den ich in der Geschichte bin, und an die Jesus, der Jesus, der Heilige Brot und der Heilige Brot, von unserem Land, in der Heiligen Brot, wird geboren von der Jesu von der Leine, Es ist zuerst nur alles, was er nicht mehr tat ist, und man braucht ja der Geheimnis zu sprechen, die Gelegenheit und die Frucht. Ich glaube an den Heiligen Geist, in der Heiligen Katholischen Kirche, in der Gemeinschaft der Heiligen, der Ergebung der Sünden, auf Verstehung der Frucht und das Leben der Leben. Amen. Jesus Christus will das Heide nennen. Der Genuss zu einem sinnvollen Leben. Wir kommen mit uns nun ein wenig vor jedem Kind. Für die Kirche und für unsere Stadt und unser Land, dass sie das Heil der Menschen nicht aus den Augen fällen. Christus will das Heide nennen. Christus will das Heide nennen. Christus will das Heide nennen. Für die Verstorbenen unserer Schülerschaft. Und dass sie den Frieden in dir gefunden haben. Christus will das Heide nennen. Christus will das Heide nennen. Christus will das Heide nennen. Und für alle Verstorbenen zünden wir auch unsere Brudertagwärze ein. Christus will das Heide nennen. 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 Amen. Amen. Ja po uhvalu, které návět jsou jednostmi. Konec. Konec. Ganjhle! Konec. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen. 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 So, wir wünschen, wir gehen jetzt nach hier. Na, vor allem. Amen. 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 Bist du aus dem Heiligen Schein? Ich bin in deiner Kirchstattung an der Erde, und soll es sein Volk in der Liebe, rein mit unserem Partizistus, unserer Bischoflein und aller Geschwistern, unserer Christen und die Jahrhundern, mit aller Geschwistern, die zu dienst, in der Kirche gestürzt sind. Vater, Herr Damen und Herren, damit uns das ewige Leben zu teilen ist. In der Gemeinschaft der Segen und Frau Begrüßung der Maria, der Freude, der Heiligen Josef, der Deiner Bosen, für unser Vater, von einem Vertrag, und mit allen, die bei Gnade gefunden haben, von einem begann der Welt, für die Blut und Preisen, der Heiligen Vater, der Heiligen Gottes, der Heilige Geistes, durch ihn, mit ihm, mit ihm, mit ihm, mit ihm, dass dir, unser Wünschen Gott, Vater, mit der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit wäre jetzt von in Ewigkeit. Amen. 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 Ich heiße dir, um die Liebe der Gott, der Vater und der Sohn, der mein Leben weist. Amen. Dienst und bleibst, Menschen des Lebens. Dankeschön. ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK Untertitelung des ZDF, 2020